Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr mit OpenOffice Calc eure eigene Trainingspulstabelle erstellen könnt. Das ist eigentlich relativ simpel und dafür brauchen wir eigentlich nur den Maximalpuls und dann könnt ihr anhand der Tabelle dann ablesen, ja, wenn ihr zum Beispiel trainieren wollt, zwischen 70 und 80 Prozent, wie da der Puls dann ungefähr sein muss. Fangen wir auch direkt mal an. Ich vergebe erstmal hier oben eine Überschrift und nenne das natürlich Trainingspulstabelle. Ich schreibe das auch genauso hin und ein paar Zeilen tiefer brauchen wir dann den Maximalpuls. Wer den Maximalpuls jetzt noch nicht hat, der kann das eigentlich auch über eine Daumenformel machen. Das ist 220 minus Lebensalter und das können wir jetzt hier oben auch einfach mal machen. Ich gebe hier mal 220 ein. Das ist, sagen wir mal, jetzt hier so ein Standardwert. Und darunter halt das Lebensalter. Nehmen wir mal 30 Jahre zum Beispiel und dann schreibe ich jetzt mal hier Lebensalter. Und hier können wir jetzt dann direkt das ausrechnen. Das heißt, es ist gleich diese Summe minus diese Summe. Also ihr seht hier, wenn die Koordinaten von dieser Zelle eingetragen und minus dem Lebensalter und ihr seht auch hier, wenn die Koordinaten eingetragen und OpenOffice Kalk zieht sich natürlich den Wert dann entsprechend raus und berechnet das natürlich wegen dem Gleichheitszeichen. Ich drücke Enter. Wir bekommen 190 raus und das wäre jetzt der Maximalpuls. Und wir könnten jetzt hier den Maximalpuls eintragen. Wer den also hat, also wer den schon kennt, der kann das nehmen. Aber wer das noch nicht hat, kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, gleich diese Zelle beispielsweise und drückt dann Enter. Der Maximalpuls, den ich jetzt hier ausgerechnet habe, der ist natürlich nur, ja, wie soll ich sagen, ist einfach nur eine Faustformel. Und klar sollte man entweder das über einen Arzt machen lassen, also über so einen Sportarzt oder wenn ihr richtig gut fit seid und euer Arzt das auch zulässt, dann könnt ihr das natürlich auch selber ermitteln, indem ihr draußen lauft, meinetwegen 5 bis 10 Minuten, euch richtig warm lauft. Dann zwei Minuten, meinetwegen oder drei Minuten nochmal so ziemlich dicht an der Grenze und die letzte Minute oder letzten zwei Minuten dann wirklich volle Pulle, alles mit dem Pulsmesser. Und dann habt ihr auch euren wirklichen Maximalpuls. Aber wenn ihr das macht, ich kann euch sagen, ich habe es gemacht. Ihr seid danach fix und alle. Also da kriegt ihr auch keine Luft mehr, gar nichts. So, okay. Wir haben jetzt unseren Maximalpuls und jetzt mache ich das so, wir können das ja hier machen, dann sieht das vielleicht ein bisschen übersichtlicher aus. Einmal werde ich hier die Angabe der Prozent hinschreiben und rechts daneben halt der entsprechende Puls. So, und bei dem Prozent mache ich das rückwärts, das heißt ich fange mit 100 an, aber ganz wichtig, deswegen gehe ich jetzt nochmal raus, macht vorher hier ein Prozentzeichen rein und tragt dann jetzt erst, also macht das am besten bei den ersten beiden Zellen hier, das ist ganz wichtig, markiert beide Zellen hier, geht auf dieses Prozentzeichen und tragt dann hier 100 ein und dann geht ihr runter und tragt hier 99 ein. Wenn ihr das nicht macht, also ich habe das letztens bei einem anderen Tabellenkalkulationsprogramm gemacht, das hat nicht so hingehauen, mal gucken, ob das hier genauso ist. Man gibt hier 101 zum Beispiel und wenn man jetzt das zum Beispiel erst formatieren würde, dann seht ihr, bekommt ihr halt nicht den Wert raus, den ihr euch vorgestellt habt. So, ich lösch das mal hier und wie gesagt, wenn ihr das gemacht habt, markiert beide Zellen und zieht das Ganze einfach entsprechend runter, hier über den kleinen rechten Anfasser da unten, wie seht ihr das kleine Rechteck da, äh Quadrat meine ich. So, und ihr seht, jetzt bin ich schon im Minusbereich, an der kleinen Vorschau könnt ihr genau sehen, wo ihr euch befindet, ich bin jetzt bei 0 Prozent, auch wenn, ähm, ja klar, wir gehen mal bis 1 Prozent, obwohl bis dahin wird keiner trainieren. Okay, das war's. So, dann müssen wir den Puls jetzt berechnen und der berechnet sich natürlich über eine Formel und das ist super einfach, das heißt, wir geben ein Gleichheitszeichen ein. Und, ähm, ähm, nachdem wir das Gleichheitszeichen eingegeben haben, gehen wir hier auf den Maximalpuls, klicken hier rauf und wichtig ist, dass wir, wenn wir jetzt das nach unten kopieren, muss ja das erhalten bleiben. Und, das heißt, wir müssen das jetzt auf diese Zelle fixieren und das machen wir einfach mit der Shift und F4-Taste, also größer Taste und F4-Taste, aber ihr könnt natürlich auch die Dollarzeichen hier selber vor dem B und vor die 3 setzen. Das heißt, beim Kopieren wird sich das halt immer wieder auf diese Zelle beziehen. Das Ganze, also hinten ranhängen, jetzt ein Mal, also so ein Sternchen und dann einfach auf diese Zelle klicken. A6, ihr seht, A6, die Koordinaten von dieser Zelle und das soll so bleiben, ohne diese Dollarzeichen, weil das wird sich jetzt beim Kopieren entsprechend der Zellposition hier anpassen. Ich drücke Enter, wir bekommen 190, das ist genau das, was wir wollten. Und, ihr seht, ja, ist ja klar, 190, 100% von 190 ist halt 190. So, und dann ziehen wir das über den Anfasser wieder runter, wie eben auch mit den Prozenten. Und, ihr seht, Ast rein funktioniert das. Perfekt. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Nachkommastellen weg haben wollen oder wer mehr will, kann das hier über diese beiden Symbole machen. Das heißt, klicke ich hier einmal drauf, bekomme ich eine immer abhängig davon, wo der Rahmen ist. Und, ähm, jetzt kriegen wir zwei mehr, aber ich will gar keine, also ich brauche keine Nachkommastellen. Und dann sind wir damit im Prinzip auch schon fertig. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel in einem Bereich trainieren wollt, zwischen 80 und 90, je nachdem, ihr müsst natürlich auch euren eigenen Maximalpuls hier eintragen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin 50, drücke Enter, dann ist natürlich der Maximalpuls viel niedriger, weil mit einem zunehmenden Alter wird halt der Maximalpuls immer weiter nach unten gehen. Und, wenn man sich die Formel genau anguckt, dann sieht man, dass es fast bei jedem Jahr um eins nach unten geht. So, und ihr seht dann halt hier, wie gesagt, zwischen 70 und 80 Prozent, dann wäre das genau der Bereich, in dem ich jetzt zum Beispiel dann trainieren würde. Abhängig davon, welche, ja, was man überhaupt trainiert, ob man Kraftausdauer, Ausdauer, lange, also wirklich, da gibt es so viele Möglichkeiten. Müsst ihr mal gucken, für was ihr das genau braucht. Ihr wisst das vielleicht sogar schon, weil sonst hättet ihr vielleicht hier gar nicht nachgeschaut. Ich formatiere das Ganze jetzt gleich noch ein bisschen. Das heißt, ich markiere jetzt beide Zellen hier, mache Zellen verbinden hier, über Zellen verbinden halt. Fett, das ist ein bisschen größer hier, die Schriftart, meinetwegen 15. Können wir das ja noch ein bisschen breiter machen hier. Na, sieht nicht ganz so gut aus. Wird jetzt ein bisschen zu breit. Wer das jetzt zum Beispiel anpassen will, gar kein Problem, nimmt sich oder markiert den ganzen Bereich und schreibt. Schiebt das einfach um eine nach rechts. Ihr seht, alles bleibt erhalten. Und dann können wir nämlich hier diese drei Zellen markieren. Einmal draufgeklickt, zweimal draufgeklickt und dann sieht das schon wieder viel besser aus. So, dann können wir das nämlich auch kleiner machen. Und so hier, genau. Das markiere ich hier auch. Mach das ein bisschen farblich anders hier mit Grau. Fett, meinetwegen noch. Meinetwegen auch noch zentriert. Zack. Und das war's. Hier, das ist eigentlich auch noch relativ wichtig. Können wir auch noch ein bisschen Fett machen. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Ich hoffe, der ein oder andere konnte mit dem Tutorial was anfangen. Ich würde mich freuen und freue mich über einen Daumen hoch natürlich. Und wenn ich euch bei weiteren Tutorials von mir dann wieder sehe. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.